ich erzähle gespeichert ich muss immer wieder anders mit dem wo das gerade so gemütlicher war aber dass wir mal bei diesen da kommt wieder einer was war das nein weil du nicht ja ich glaube dieses level verfluch ich noch doch dann kotzt doch seit der richtige der ganze bei dem einländer sitzt sein reifen den turbo reifen ja wenn man turbo reifen woher weg ab und zu wollen die nicht springen bei mir er ist noch weiter gesprungen werden wir noch zweiter gekommen ja weiß aber ich meine das wird gesprungen die fetten schafft nur wiki donkey kong komischerweise ach ja wusste ich nicht industrie trifft dich wirst du bist du musst noch so naja dreimal habe ich ja auch gespielt glaube ich ja dann habe ich mich ja ich wollte eigentlich noch eine zweite figur für die machen eigentlich 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 sagt der dumme flash wird einfach durch rein müssen noch strafe nein doch hoch tschüss ehrlich ruhig ruhig nahshorn hey du kannst du es jetzt nah ist noch ein katschen katschen daumen hoch daumen hoch hallo bananas in pyjamas ist lustig anzusehen bananas in pyjamas ich fall darunter da oben waren glaube ich nur 10 oder 20 bananas mich verraschen ja nasson der rutscht immer so ja der rutscht immer so nah rutschenspacken muss dann nachziehen mann du hinstiges missvieh da war's da war's das hundennashorn hundennashorn so egal der ruhiger saustür würd ich sagen hast du sowieso die jungen zusätzlich so ich mach jetzt noch einmal safe kack das level verkack kack kack das level kack 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 das level anderthalb stunden hundennashorn kack das level ich bin ja jetzt gleich runter ne nja nja wenn ich drüber komme na schaffst du schon jetzt das war viel zu früh nein du hinst dich da runterschießen müssen glaub ich ist okay nja doch was ich jetzt mache ich will da unten die banane ich glaube du musst dich da lang schießen okay war das bei dir auch so kaputt eben das war das bestimmt die fans das nicht gepackt haben kaputt eben ich hasse dir ok es kommt jetzt noch hier kommen schnell ganz gut wenn ich von sohn das ist zurück nein ich habe nicht zurückgedrückt aber nicht das ging in den bogen ich glaube muss wir auf den geier ziehen einmal mache ich das oben noch ja dann kannst du noch ein jeder mann ein level und dann du machst das noch ich mache das noch dann machst du noch einmal dann stoppen wir es mit die aufnahmen aber vom vorder noch genug so genug die 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 meine kommt die anderen dinge haben ja auch noch diese diese blink 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 diese komischen rate dinger noch war das nicht der zweite teil ja ja wir haben auch noch genug andere sachen genau an und scheiß was das glaube ich ja nicht dass er gesehen wie es geht ja habe ich das zwei leben mal drei schossen na bist du zu spät fliegen gewesen nach lauer nicht war ein bisschen blöd ich glaube jetzt nur eine sekunde gehabt und hätte darüber gesprungen hätte vielleicht eventuell hingekriegt ja ist ja egal ja 18 19 naja ich glaube 20 christin noch 21 könnte so kriegen hallo du dummer geier was aber echt keine turnschuhe an das kommt das meint durch das hier schnauze flash strauss nach so'n fisch frosch in der reinfolge ich weiß weißt du nicht lass mich in ruhe hallo christin noch leben der ist nicht gesprungen ne hättest eh kein leben mehr gekriegt ja und ich hätte die bananen aber noch holen können ja klar jetzt machen kann ich sehr viel zahle noch das ist das was man jetzt wieder noch einmal oder wie ja ich mache das jetzt noch dann bist was du dann starte ich beim nächsten mal wieder als erster dann kann ich auch das andere noch mal machen ja deswegen ja also ich noch mal machen wenn du meins soll mir egal sein schießt dich mal dahin nein das mache ich nicht und ehrlich da fliege ich und ich glaube dann fliegst du da drüber egal das ist ja harmlos dieses ding hier ist jetzt ein bisschen nervt diese sache hier aber das jetzt danach das ist hier das ist irre warum müssen einfach fünf stück davon kommen und du traurig ja traurige flash guck mal du musst ihn nämlich direkt treten habe ich doch gesagt travelers ich kann da fliegen jawohl ich habe schlappe endlich endlich ich glaube beim nächsten mal zum anfang erstmal ne times und erleben holen und dann geht es weiter auf jeden fall speichern speichern ja bei candy aber kommt der verdammt spät das was ist das geile ich freue mich schon auf die auf den zweiten teil mit dem mit der mit der spinne ja und so weit kann man gar nicht bringen neues leben für tauschen von wobei der abklatscht eben das ist das war dann haki abklatsch ok mit haki gesehen mit königs haki abklatsch nein da wäre es alles nur in die hand gelenkt und fertig ist die beiden das dann einsetzen und ich glaube gerade nur wieder müll nichts neues könnte jetzt noch mal leben holen wenn du dir wenn einen strauß geholt hättest oder so lauf springen lauf 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 die vor allem der russer neun 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 so jetzt mach ich mal eben noch was willst du jetzt noch eben bei candy speichern achso rechts 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 hoch eben bei der tuse speichern falls ich doch mal einfach nur zu dumm bin und mir irgendwie ein Leben zu holen dann hab ich gleich gespeichert achso dann speicherst du jetzt nochmal nochmal ne ne dafür dafür gehe ich noch zurück in das Level oh kurze was denn oh ja taubental geierfeier hieß das so hin bitte danke geh mal raus naja das ist das so safe hier ähm soll ich auch lieber safen ja ne jetzt kann ich eigentlich alle machen oder ja kann sie machen den noch äh ja haben wir es alles haben wir alles gesaved ja und damit wollen wir sagen mit diesen ganzen fails jetzt die ganze Zeit das ist interessant bei dunkel country 1 tschau tschau tschüss ach ja